Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserem Let's Play Troubled in Terrorist Town. Mein Name ist Agent Creeper. Ich bin die Killerkitty. Ich bin der Kriller. Ich bin der Take. Ich bin der Scorpico. Ich bin die Angel. Ich bin der Poodwolf. I'm Roman. Äh, Angel, du hast keine Textur, du bist ein schwarzes Ledergesicht. Ich bin Innozentra und Creeper hat mal wieder kein Skin. Ja, warte. Ja, warte, ich komme mal kurz nachgelaufen. Creeper, ne, das ist Take. Ja, passt. Äh, wieso versammeln sich gerade alle am Pool? Weil alle schwimmen wollen. Alle schön in einer Reihe und, ja, alle... Nee, ein, Angel steht noch rum und tut nichts. Die hat auch kein Skin. Ja, sag ich ja, die hat keine Textur. Ähm, Angel, drück mal F3. Was machst du da? Warum laufen jetzt alle da rum? Was tust du da? Und jetzt, oben links, ähm, glaube ich, durch die Black Cat, die Black Cat, die Black Cat rein? Die sind zwar nicht so groß wie meine richtigen Pistolen, aber es sind zwei. Was macht ihr da? Was denn wohl, er... Na ja. Na ja. Weißt du, wie es geht, Marcel? Ja. Warte, ich zeig's dir. Genug geguckt? Hallo? Hallo, Herr Creeper. Ihm geht da schon einer ab. Hi. Ich verschwinde. Ich habe Angst vor Creeper. Irgendwie kommt mir das sofort, als hätte er gleich einen Zug genannt. Warum stehen da zwei am Spawn? Sobald er die Waffe auf eine Barriere riecht. Ja, ich zeig dir gerade, wie das mit den Skins funktioniert. Lass mich wirklich so bei, Kitty. So, wer runterkommt, fällt auf den Fass, gell? Wer runterfällt, fällt auf den Fass. Meine Frau hat zu wenig Punkter. Äh, okay, warte. Dann mach ich schnell. Okay, das Badezimmer wurde geflutet. Lass uns mal gucken, wer gestorben ist. Ich sterbe, ich bin der Detective. Ich sterbe gerade. Ja, Rumen war bei mir. Ja, er weiß aber nicht, wie weit die Hände reichen. Tate stirbt. Und Tate ist... Ah, Tate wird sterben. Und Tate ist... Detective? Oh. Ich hol mir die Waffen von ihm. Ich bin unten im Keller übrigens. Gedenkenpunkt, ja, genau. Jetzt sterbe ich. Jetzt sterbe ich gleich. Ja. Wo ist Keller? Ich wette mit dir aus im Traitor Room. Also der, 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 der... Bin tot. Ja. Der Traitor ist im Traitor Room, weil ich hab nämlich gerade eine Waffe durch die Wand blitzen sehen. Und der Traitor Room ist da drüben. Hm, alles klar. Ich habe mich unten im Keller verbarrikadiert, warum der Fass ist tot. Hey, schau das Wied, da ist dein Skin nicht. So wie Kitty vorher. Ich hab gerade Probleme, dieses anzupassen, weil... Ja, irgendwie... Ich will den Grapploog. Ist nicht gerade Tate gestorben? Ja. Ja, Tate ist gerade gestorben, warum? Weil er hier rumrennt. Ja, er ist aber Detective. Second Chance. Du, dass ich wahrscheinlich gekauft habe, oder? Du bist in der Welt, Mann. Wieso schießt auf dem Detective? Was bist du für einer? Aber ich pulle ich dir. Tate, du schallst, wenn du laut redest, weißt du doch. Oh, hallo, Angel. Angel schaut gerade aus wie der Frau. Was, Creeper ist unschuldig? Ja, Creeper wurde jetzt getötet, weil er auf Tate geschossen hat. Und Tate ist Detective gewesen. Nein! Ich war's nicht. Äh, Angel, wir sterben jetzt gleich. Haha, ich seh dich. Du kommst hier nicht raus, Hase. Wer hat den Grapploog? Ich habe gerade einen Rumen. Du erzeugst jetzt in dem Ziel. Ich habe dem Detective geklaut. Ich habe immer gesagt, ich hieß doch hier nicht, dass ich... Ich hätte gerade nicht wünschen. Warum lag das bei mir jetzt so? Hä, wie kommt die jetzt noch raus? Gar nicht raus, sie stirbt. Gar nicht mehr, du stirbst da drin. Kitty, lebst du noch? Nein, Kitty war mit drin. Achso. Glaube ich zumindest. Ja, die war mit drin. Na, da ist Copycore. Traitor. Warum ich? Also du bist üblich. Ich bin immer noch unten in meinem Keller. Hm. Ich bin da nie rausgegangen. Geh mal rein. Warum kommt man denn in den Keller rein? Das werde ich dir nicht verraten, wenn du und Tate nur noch lebt. Ihr wisst, dass ich der Traitor war, oder? Pssst. Nicht reden. Tote können nicht reden. Ich hab Zeit. Äh, Tate. Okay. Ich bin Detective. Ja, ja. Schon klar. Wer lebt noch? Du, man hat da vorne, auf die Seite. Dann gucke ich in den Eingang. Ja, ich seh die, Leute. Ich seh auch dich. Okay. Angel war Traitor und Killer Kitty ist auch tot. Gut. Achso, wir haben jetzt... ...zwei Traitor, oder was? Ja. Achso. Ich werde mich hier nicht wegbewegen. Da kannst du mir anzeigen, was du willst. Ich werfe einen Sandry auf das Frauen-Clo da. Woher hast du den? Den habe ich dir geklaut, also deiner Leiche. Auf der Front-Tolleite. Macht Spaß, Geist. Ich hab noch eineinhalb Minuten Zeit. Ich hab noch eine Minute und 27 Sekunden. Oder 25. Bei dir spiel ich denn da die ganze Zeit? Das würde mich schon interessieren. So, das war's mit dem Spielen. Hast du kaputt gemacht? Ja, da kommt der, da kommt der, da kommt der, Griller, Griller. Griller fiel auf mich. Griller ist tot. Gut. Nee. Schau mal hin, die Zeit läuft noch. Okay, ist gut. Griller. Ich finde dich. Oder kriegst du eine Dickel ins Gesicht? Oh. Er hat eine nette Waffe. Ich bleib hier im Keller. Ja, ja. Falls ich sterbe, musst du's machen. Nö. Dann warte ich hier die 20 Sekunden noch. Ja, ja. Schon klar. Da kommt eh keiner runter von mir. Wer ist das? Ach, Angel ist das. Na dann, Angel, tut es mir leid. Ich muss dir leider ans Gesicht schießen. Ist endlich vorbei, ja. Ja. Mit wem habe ich jetzt noch die ganze Fässer-Rolle gespielt? Das weiß ich. Ah, okay. Ey, der Glutwoll. Ah, DNA-Traitor. Ah, Error, Traitor lost. Jetzt will ich die, ich will die Waffe haben. So, kann ich jetzt wieder hochgehen, ja. Juhu. Ja, das ist cool. Ding ist nicht cool. War doch mal lustig, oder? Rumenghost hat keinen Skin. Ach, das geht ja mal gar nicht. Sieht so normal aus. Das geht gar nicht, ja. Und Skorpiko fliegt. Nö, du lügst. Alles Lügen. Bei mir fliegt er gar nicht. Ja. Griller verfolgt mich mal wieder. Ja. Zum Glück. Was ist denn jetzt, wenn ich verfolgt werde? Endo. Äh, nee, äh, Detektion. Endo. Äh, warte, warte, warte. Creeper, du hast keinen Skin. Okay, warte. Nee, ich warte. Wenn wir da... Passt. Passt. Griller. Ja. Was ist denn Griller? Ja, warte, ich zeig dir, wo ich war. Da unten. Nein! Ich bin tot. Da drüben läuft eine Elbe. Ich glaube, die Kuh ist tot, der ist da runtergefallen. Lol. Was machst du da? Hallo, Griller. Hallo, Creeper. Hey, cool. Gut, wof. Schau mal wieder runter. Ähm. Da ist doppelt gut. Ich habe... tot. Jules bekommen. Achso, das Ding, die hat deine fallen lassen. Okay. Lass mich runter? Ja. Danke. Ach. Ey. Hallo, Teig. Ah, hallo, Creeper. Was tust du? Mich verstecken hier. Dann wäre es vielleicht von Vorteil, wenn du hier weggehen würdest. Wieso? Hallo. Was machst du da schon wieder, Roman? Sachen hier hinwerfen. Damit alle sterben, die runterkommen. Ja. Sind sie selber schuld. Gott sei Dank bin ich jetzt noch runtergekommen. Warte, ich helfe dir. Och, du bist gemein. Hm. Ey, der Creeper, ne? Ich erschieße den gleich, wenn der das nächste Mal ein Fass anschießt, ne? Ich bin's ja nicht, da mal. Okay, Griller war's. Kann ich jetzt in der Leute aufhören? Griller war's. Rucker. Au. Felt schlägt mich. Vielleicht war es auch Take. Wo ist es, Kitty? Und Wolf, geh mal weg hier. Die ist tot. Die wurde erschossen. Also, die wurde... Ja, Dings geschossen. Geschossen. Okay. Warte, hier. Steht per Explosion. Roman, warum hast du, äh... Warum bist du... Bin ich skinlos? Nein, warum hast du so wenig life? Warum ich so wenig life habe, weil ich von einer dieser Explosion her kaputt gemacht wurde, als Tom runtergesprungen ist. Oh. Ah, das kam von oben. Ey, Granate. Oder? Ja, das dürfte ein, äh... Disco sein, vielleicht. Hä? Geh mal weg. Ich kann mal bitte zur Seite Take. Ich hab Angel gemacht, die war zu älter. Take hat... Oh, scheiße. Take was. Hä? Ich hab noch 3 Minuten 55. Oh, schön. Noch rückte, wenn der mitgenommen werden möchte. Ach, du willst dich auch bewegen? Ist aber schön. Auch Stromausfall ist aber gar nicht toll. Wer von euch lebt da eigentlich noch? Oh... Hä? Hä? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich brauche mehr Munition, fuck you. Gehst du wohl damit die Fässer zu müssen, dann wird? Na los! Ich will dich mitnehmen. Nein, dich kann ich nicht mitnehmen. Aber dich kann ich mitnehmen. Na, dich stehen wieder alle unten bei den Fässern. Nein! Lass es! Wer ist jetzt eigentlich noch alles da? Ruhme? Ich bin noch da. Ich habe mich verbarrikadiert, so endgültig verbarrikadiert. Ich glaube, zu mir kommt man niemals mehr wieder. Oh doch! Turm ist tot! Hallo Take! Wer war denn das? Wer hat meine schönen Sachen kaputt gemacht? Das finde ich echt scheiße. Eins von den Regalen könntest du mal seinen Arsch darüber bewegen und das Ganze verbarrikadieren. Ich glaube, die Fässer kommen da nicht mehr raus. Nein! Oh Gott! Das lässt du in Ruhe! Mö-mö... ah du penner mensch dreckiges fast jetzt spiele ich nicht mehr mit euch das werde der kaputt gemacht seit er selber schuld habe ich keinen bock mehr wer lebten alles noch ich aber ich weiß nicht wo die anderen sind du lebst noch scoppico lebt noch blutwolf lebt noch so jetzt nicht mehr dass ich nicht gekillt ich bin das egal was neben dir um springt ich war das regal das sie gerade jetzt hoch fliegen aufladen kommt zu mir nein und ich wollte eigentlich das war sein weil du ja gebeten hast dass das ein regal meiner forscht schleicht ich hab's versucht aber ich war zu langsam ich habe es aber auch versucht aber naja es dauert zu lange das dauert das dauert ein wenig ja das kann ich mir gut vorstellen mein platz jetzt ja was denn sonst ich frage mich was jetzt unten machen wollte da unten ist der raum ist eine einzige traiter falle ein über was was kann man nicht aus und sein sondern ja die generatoren und nix potieren lassen okay kann ja falls ich hier unten tot sein sollte was doch hier unten bei mir ich glaube ich habe den detektiv bei mir ja ich habe ich ja gutes gelingen ja man könnte jetzt versuchen mit den ganzen dingern ein schluss bei mir kann man kann man ja kann man vielleicht kann man wer schießt irgendjemand hat unsere fässer kaputt gemacht weil irgendjemand behindert ist das heißt wir verbarrikadieren uns jetzt mit regalen da steht da oben übrigens super funktioniert das funktioniert echt voll gut leben eigentlich alle noch ja da ist bei mir noch hallo kripper das machst du beim raum schlechte ich der ist auch hier super haut ab ich halt ich glaube jeder nicht reinkommen nicht reinkommen nicht reinkommen nicht reinkommen nicht reinkommen geh raus geh raus komm raus komm raus komm raus komm raus weißt du wie das viel schneller geht zum beispiel wo ist es hier so eine munitionskiste ist ziemlich gut dafür und dann haust du das dagegen so hat das nicht richtig verschieben ja so geht schneller als wenn du es nur leicht antippst nein ich ertrinke ja okay das badezimmer wurde geflutet ist meine munition aufgenommen wird noch eine kommission oder weg ich glaube beide ja ich habe alle nein kripper getrunken aber denke noch aber ist am ertrinken warte weg da dann sonst kriegst du schaden wenn ich das mal nein scheiße wo ach so das ist das klo kam erfluten ja das männerklo gut verbarrikadier mal mit den explosiv fässern die eine tür gut ja also es kann keiner mehr runterkommen das ist echt geil aber ihr habt jetzt die regale da oben drauf gekriegt so warte zeig es dir wir sind ja alle da unten oder was wir sind zu dritt hier unten mit blutwolf wer ist gestorben irgendetwas ist explodiert irgendwas ist gestorben warum schießt auf mich wer schießt ich hab sie getötet sie war traiter hier dann fehlt nur noch einer wie bei storten schliste wir lebt noch kitties auch tot kannst du kittier mal identifizieren also fort ich habe den dna scanner noch balla habe ich irgendjemand kommt zu mir ich bin es nicht mehr durch explodieren durch explodieren dort ist auch tot bei der blutwolf ok irgendwie aus dem pool wir lebten dann noch da ist irgendeine bombe irgend so was fettes mit wer schießt irgendwas läuft auf mich zu irgendwas komisch ja der weglaufen die schießt dieses ding ist echt scheiße wie kann man das loswerden grüller ist tot worden second chance wahrscheinlich überlebt 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 diese diese minen kugel kannst oder granaten kugel kannst du nicht kaputt machen ja deswegen bin ich ja weggelaufen mit einer brandgranate kann es kaputt machen nur scheiße ich würde euch alle abmoderieren also das war ja wieder mal eine tolle lustige runde von ttt ich habe euch hat es hat euch gewünscht gemacht ich bin zu solch es hat auch umlügen ich habe es hat euch spaß gemacht bis zum nächsten mal tschüss tschüss